Die Bergwirtschaft Platte Dürren ist ein wunderschöses Restaurant, das mitzutre Hügelobbe in Appenzell. Sie sind stolz auf die Aussicht und auf das feine Essen. Nebenan ist gerade ein Hof und fragen dort gleich mal nach, was die Kühe dazu meinen. Also, die Aussicht ist grandios. Die Menschen entspannen gerne im Restaurant Platte Dürren und genießen super Essen. Und Florian ist ein richtig glatter Typ. Er weiss, was er macht. Hier in der Platte Dürren fühlen sich die Leute wohl, weil es eine kleine, heimelige Wirtschaft ist mit Tränenfachen und feiner Kochung und eine schöne Aussicht. Also, wenn wir an den Moschbröckchen hier kommen, sind wir ein wenig eingeklemmt. Dann gibt es das Bröckchen Fleisch, das man hier inzwischen hat. Aber dafür kann man mit den Moschbröckchen sonst viele machen. Ich sage jetzt für eine Sauce, für Moschbröckchen Tartare oder für ein Salaudoui als Dekoration. Ein bisschen neben dem feiner Geschmack. Weil es ein feines Bröckchen Fleisch ist, das gut ist und das noch Lust auf mehr gibt. Mein Ziel ist hier in der Platte Dürren ist, nicht einfach etwas gut zu kochen, sondern es einfach gut zu kochen. Kommen zur Bergwirtschaft Platte Dürren und geniessen die feinen Moschbröckchen. Souterau Vollüt, Fülüt Fülüt Entschuld zat Untertitelung des ZDF, 2020